Schwünge gibt es verschiedene. Einmal ganz normal neben dem Körper schwingen. Die Keule ist die Verlängerung des Armes. Dann geht es einmal zur Seite. Nehmen wir hier die Finger drauf. Dann kann man das verbinden in einen Kreis. Also Schwung, Schwung, Kreis und wieder stehen. Wieder Schwung, Schwung, Kreis und stehen. Kreise sind sowieso die Basis. Zum Beispiel rückwärts mit beiden Armen oder vorwärts. Nacheinander kann man das machen. Gleichzeitig zurück, zurück, zurück. Vor dem Körper geht es hier. Ein Kreis stehen. Ein Kreis stehen. Dann gibt es... Tschüss.